Moin, ihr Bagaguten. So, kleine Ankündigung von wegen Livestream. Ähm, heute ist keiner. Sorry. So, äh, pass auf. Es hat sich nämlich bei mir ein bisschen was beruflich getan. Da musste sich jetzt ein bisschen mit den Zeiten was ändern und ich werde auch noch voll dabei bleiben. Ich werde einmal im Monat streamen. Es werden auch pro Tag mindestens zwei Folgen auf dem YouTube-Channel kommen. Auf dem her. Ja, ähm, aber ich werde das in Zukunft versuchen immer den ersten Dienstag im Monat zu machen. Hat diesen Monat jetzt nicht geklappt, weil das hat sich erst gestern ergeben bei mir alles. Und, ja, dementsprechend, liebe Leute, wir werden, ähm, ach, scheiße, ich habe gerade schon geguckt, da. Dienstag, der 8. September. Der 8. Neute. Also in 1, 2, 3, 4, 5 Tagen. Das sind 1, 2, 3, 4, ja, 5 Mal schlafen, Joch, dann ist das. Und in weniger als vier Monaten ist es auch schon wieder Weihnachten. Okay, aber pass auf. Was ich genau mache, weiß ich noch nicht. Das werde ich, wenn es mir eingefallen ist, hier unten in die Comments schreiben. Und wenn ihr eine Idee habt, wenn du eine Idee hast, genau, wenn du eine Idee hast, dann schreib das auch hier unten hin. Oder da hin. Da. Genau. Ähm, ich möchte euch in erster Linie auch nochmal danken, dass ihr überhaupt noch dabei seid. Und total geil und immer wieder die gleichen Leute und auch mal wieder neue Leute, die da in die Comments schreiben. Tut euch und mir einen Gefallen, wenn ihr wollt, dass es noch geiler wird. Und noch mehr kommt. Und ich, ähm, noch mehr Zeit investieren soll. Geilere Sachen machen soll. Schickt Videos. Zu euren besten Freunden. Zu deinem besten Freund, zu deiner besten Freundin. Vielleicht auch zu deiner Mama oder wie auch immer. Sorgt dafür, dass noch mehr Leute hier gucken. Hilft mir sehr. Und wird einfach fett. Winke, winke. Ciao. Und. Tschüss. Ja. Tschüss.